Das ist mir scheißegal, ich find was anderes interessant. Bist du von Liebe angetrieben und bereit zum Widerstand? Willst du Spaltung überwenden, dann reich mir die Hand. Egal ob Hippie oder Militant, für eine freie Welt in Frieden, ohne Vaterland. Falls ich mal drauf reinfall, dass Polizei mein Freund und Helfer sei. Falls ich mal glauben, sollte wir sein, selbst zu blöd und bräuchten ne Partei. Dann bitte ich euch alle, stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Sollte es mir mal egal sein, dass Menschen durch deutsche Waffen sterben. Sollte es mir mal egal sein, dass Nazis und Soldaten an Schulen werben. Sollte es mir mal egal sein, dass Menschen mit Nahrung spekulieren. Wir hier dann Tonnen Brot verbrennen, während andere an Hunger krepieren. Dann bitte ich euch alle, stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Wenn ich mal aufhören sollte, mein Wissen zu verschenken. Wenn ich mal bloß nachplapper, statt selber nachzudenken. Wenn ich mal aufheben sollte, weil's halt so ist und man eh nix machen kann. Dann nimmt mich bitte in den Arm und er naht mich daran. Nein, zu Herrschaft, ja, zur Liebe. Nein, zu Herrschaft, ja, zur Liebe. Nein, zur Kontrolle, ja, zum Vertrauen. Nein, zum Gehorsam, ja, zum Widerstandvollen. Nein, zu Herrschaft, ja, zur Liebe. Nein, zu Herrschaft, ja, zur Liebe. Stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Babylon verkauf. Stachelt mich auf, damit ich meine Seele nie an Papa nicht. Stachelt mich auf, damit ich meine medals haben erzählt. Woow! Wlock 좋은 Tag! Woow! Verse 244- Cybertech-Eckerbundige Madras Alexand Sono Youn-D asympt heute und alle sind in Martin Pod,KSYE-Dullie wohlgembalte ich mich! Vielen Dank.